Und damit ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der Ravensberg. Ja, wir sind immer noch dabei, den Wald da unten zu roden. Das wird noch eine Hausnummer, sage ich euch. Aber es hilft nichts, der muss weg. Der muss eben halt der Technik weichen. So. Schon ein schönes Wald, aber es hilft nicht. So, da, da, almost in. So. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Gut, dass der viel Kraft hat. Dann machen wir weiter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ist schon ganz schön was gegangen, gell? Haben wir nicht gesagt, sind wir schon gut dabei. Fast besser wie mit dem Harvest. 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 So da leh. Dann häckselt mal weiter. Das war's. 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 Aber ihr seht hier, es nimmt Gestalt an. Und ja, wünsche euch was. Bis demnächst. Tschüss. Und ciao.